Hallöchen Leute, wir sind ja heute wieder der Natur auf der Spur und ich habe wieder was gefunden. Schaut mal hier hin. Ein Schädelknochen, ein Oberkiefer und wenn man hier so guckt, ihr seht, das wird ein Raubtier gewesen sein, weil hier solche scharfen Schneidezähne sind und hier dieser Fangzahn. Von der Größe her, hier meine Hand daneben als Vergleich, würde ich sagen, wahrscheinlich ein Fuchs, aber das finden wir im Nachhinein noch raus. Wir haben jetzt die Aufnahme dazu. Ich schreibe es euch in die Kommentare. Mal schauen, was heute noch zu finden. Bis später.